Ja, wir müssen zurück. Wir müssen zu Big Joe. Hund heißt also Hund. Na gut. Ja, Mann. Hier gibt es keine Straßenschilder. Wo soll ich denn langlaufen? Ist es hier lang? Nee, das ist kein Weg. Wir haben ein Messer geworfen. Wo geht es denn lang? Hier geht es lang. Als ob ich wüsste, wo man langlaufen muss. Ab zu Big Joe, dem Schläger. Oh, was haben wir denn hier am Baum? Nichts, was wir uns ansehen dürfen. Waschbär! Hier ist keiner mehr. Gut, wir müssen zu Big Joe. Oh, kann mir mal irgendjemand sagen, wo wir hin müssen. Keine zwei Sekunden im Wald schon verlaufen. Aber das möchte gerne Lapa sein. Ey, Lapa sein heißt nicht, dass ich mich im Wald orientieren kann. Echt? Es hat einen Grund, warum ich kein Waldläufer bin. In den Wald reinlaufen ist gar kein Problem. Jemand muss mich nur zurückholen. Aha. Aha. Man muss sich hier sein. Fahrtfinder finden auch Pfade. Das heißt aber nicht, dass sie es auch zurückfinden. Ja, richtig. Dafür gibt es GPS-Tracker. Ich habe sogar da hinten einen liegen. Ich müsste den mal mitnehmen, wenn ich unterwegs bin. Kamera. Also, es ist das, was ich schon mal gemacht habe. Die Party. Oh shit. Too much sex, guys. Too much sex. Two fees in a pod, these ones. I'll show you the battle score. He's so high last night. Cool. No way. He's a big boy now. Smart. If you get too clingy, people run away. I don't know what I'm talking about. Who's the Knifemaster here? Did you lock the attempt? You want to see the person in that event? Oh. How do you feel? You went back for the later. He's so, a tree market snowflake would end up here. With us misfits. Better out. Wie ein Außenseiter. Well. I still feel like an outsider, you know? Oh, you're doing great. Trust me. I was way worse than you when I joined the gang. Really? Please, don't hurt me. Looks like you found me first. Hey! How about shut the fuck up back there? I can't hear my music. I can't hear my music. Guess what? He was on his secret SAP phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh no. Here it comes. He's agent 420. And he has a license to cook. He's a clone. He's a clone. Haha. He's a clone. Haha. Maybe he's just the factory reject. Bigfoot. Think about it. Big Joe. Bigfoot. Whoa. You might be onto something. They both smell. Sticky. Big Joefoot. Big Joefoot. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. He's dead. Haha. He's dead. Haha. He's kind of a mystery. Hey. Pipe down back there. Enjoy the scenery for a change. For fuck sake. Lass die doch quatschen, man. Wird doch eh kein. Fährst ja jeden Tag lang. 1000 Male. Stimmt. Na ja gut. Vielleicht zweimal. Viermal. Hin, zurück. Hin, zurück. Oh, jetzt geht's erst los. Haha. Haha. Wir brauchen so lang. Haha. 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 Warum zuckst du denn hier eigentlich die ganze Zeit durch den Schwanz, hm? Yes. Please. And no wheat. Was wird jetzt los? Eingreifen? Nichts tun. Eingreifen natürlich. Hallo? Hey. Hey. Come on. It's not cool. Uh. Are you really shit talking me, Cheech? Huh? Forget it, Sean. Seriously. Okay. Das ist doch nicht ganz so happy alles. Hey. Wow. Genau. Wegen mir? Wegen mir? Be a white knight? I can take care of myself, Sean. Bro. That guy would have beat you down. Aber... Ist mir schon klar, man muss das ja nicht alleine durchstehen. Oh, thanks for coming. I'm not your way right. No. No. We're sorry. We... We just... You don't get paid to be late. Next time you won't be. Listen up. I need two teams today. Finn. Penny. Anders. And what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim. Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey. You wanna trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah! I get to go outside. Hey! You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. Is echt nicht so geil, ne? Hm? You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work at the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop fucking around and get in your teams, alright? Alright? Hold up. You and me are gonna talk. I'm glad was passiert jetzt. Remember. I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass-kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Totally. Um, thank you again. Didn't you hear me? I don't speak kiss-ass. Sorry. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Right. I'm gonna go check on him then. How old is he anyway? Oh. Nine. He's nine years old. Jeez. Tough age. Gotta keep a close eye on him. That's a really strange situation. We're sitting on a husch farm. In kriminellen Machenschaften and all the mögliche. Er tut uns allen gefallen, dass der neunjährige mitarbeiten darf. Aber man merkt auch schon so an. Ne, das ist nicht richtig, Alter. Du musst aufpassen und halt. Das ist eine wirklich strange Sache. Nein, der muss unfraglich sein. Sonst sind wir später nur am Boden, weil ihm was zustößt. Lass die Leute ruhig richtig doof sein. Dann tut er nicht so weh. Lass die Maus los. Ja, dann guck nicht so. Das ist schon in Ordnung. Er ist nicht nur ein Schläger mit einem Gewehr. Er ist nicht nur ein Schläger mit dem Gewehr. Ob der die Kugeln aufhalten kann wie Neo? Auf jeden Fall. Du brauchst nicht zu viel nachfragen. Ja, da war's. Ich bin nicht dein Kumpel. Alfred. Können wir so ein bisschen schieben? Oh! Ne, magst du nicht, ja? Sortieren wir uns ein bisschen. Du kannst dich auch auf die andere Seite der Testatur legen. Hey. Bist du okay? Jetzt für das lustige Teil. Ich brauche das alles heute Abend. Keine Entschuldigung. Also, geh auf! Wenn du müde bist, gehst du hier auf dein Plätzchen einfach. Wenn du müde bist, gehst du hier auf dein Plätzchen einfach. Ich fühle dich, Daniel. Ich fühle dich. Ich fühle dich, Daniel. Schau dir auf dein Plätzchen. Und gib mir ein bisschen quiet. Für fuck's sake. Okay? Oh, wow. Dann steckst du auf. Dann gehst du auf dein Plätzchen. Keine Entschuldigung. Aber ich wäre lange weg, wenn ich die Chance hätte. Trust me. Okay, Mann. Dann gehst du einfach einen Plätzchen einfach und geh zu. Ich weiß nicht, ob dein Kind hat. Das macht... Damit wird er nahbar. Katzenasen. Ja, please. Hey, leider klappt das nicht so ganz. Was ist das Mikro? Was, 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 was? Nutze A und D, um den perfekten Zeitpunkt, um Blüten zurechtzuschneiden. Ach du Scheiße. Lernen wir das jetzt hier so? Wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, wenn es dran ist? Ich veralbern. Okay. Geht es jetzt hier auf Zeit, wie viel ich schaffe, oder was? Man. Look at all these buds. Oh, this is nothing. Last spring we were trimming about 2 or 3 pounds a day. Woah. That's a lot. Yep. Had to work overnight all the time. Fifteen hours straight once. Yeah. Trying to forget. I was done with Koosh after that. Woah. We are lucky. What is that? Right, and then your arms fall off. Scheiße, all das. Hast du noch eine Rezeption, Big Joe? Dieses Ort ist ein Zellkiller. Natürlich. Ich habe einen Konter rechts am Rand. Zwei. Voll Profi. Also geht das schnell. Und da geht es wieder langsam. Reicht doch, oder? Drei. Schön, 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 schön. Lass uns das doch hier einfach mal machen. Okay, Sweetie? It's okay. You're doing fine. Just... Slow down if you need to. I know. I will. Thanks, John. Langweilig. My ass hurts. Fuck, this is really boring. Oh, poor baby. That's the job. Don't think. Just work. Okay. Just don't ask me to smile for the camera all day long. Feels like working in a factory. Imagine doing this for years. See? Sean agrees with me. As always. This is fun at first. But it does start to get old after a while. So surreal, ne? Unter 100 ist so langsam, habe ich gehört. Ja. In Betracht, dass wir 5 haben. Es ist so eine komische Stimmung, ne? Es ist so... Muss ich dran denken, an die ganzen... Was? Die ganzen... ganzen... Filme... Wo irgendjemand in so ein Labor irgendwie reingeht und da die ganzen Menschen in Unterwäsche stehen und irgendwelche... Drogen abhacken oder sonst irgendwas. Der... Unterhalten sich halt währenddessen über irgendein Essensrezept oder so wie hier jetzt gerade, ne? Ja, ja. We'll see. Going too fast. Take your time, dude. Take your time, dude. Klar. Ist er jetzt eingeschlafen? Wo ist er denn überhaupt? Da hinten. Ah, ne Kamera haben wir auch noch. Wir haben auch gar keinen Bock, ne? Du hast erst 4 und beschwerst dich schon über Langeweile? Der Ersten war schon langweilig. Und Cassidy neben uns ist auch sehr gelangweilig. Okay, man. Ach... I'd love to visit New Orleans. Yep. Check out the voodoo shops and the blues bands. That would be cool. No problem. Bitch, bitch, bitch. Nobody's making you babies work here. No problem. No problem. You guys are all the same. No problem. Cool, let's be Tremigrants. Then you barely work for a month. Fuck. This is my life. Come here for a sec. Shit. Shit. It's always something. Damn. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here. Whoa. Whoa. Damn. What's this? Easy for you to say, cowgirl. Some of us have to work. Please. I bust my ass like everybody else. Uh-huh. Don't even. You're always looking for an excuse. Ooh, it's 420. Hey, Sean. Let's talk. Ow. My arm hurts. Wah, wah. Get off my crack, Hannah. We've been stuck out here for 2 months. I didn't come out of the house where we live on my arm. I'm on fire. Are we gonna squat out here forever? You know the house? What? Stop. You know we voted to stay for a while. Once it's legal, we ain't got no more job here. Klingt das Zeug undang und sind eigentlich auch so nervtötend, penetrant? Na, der Geruch ist schon irgendwie der ähnliche, aber es ist natürlich nicht so ausdünstend. Also, du riechst es schon. Klar. Weit weiter. Vielleicht bekommst du da etwas Geld, wenn ihr rausgeworfen werdet. Ich glaub, es eskaliert hier gleich durch. Hast du das Gefühl? Irgendwas geht hier richtig schief. Hey, everybody chill. Let's not get... John, step back. This is our business. Just grow up, Cassie. Stop acting like a princess. Thanks, Mom. Anything else? Yeah. We don't have the time. Did you fall out of the wrong side of the tent, or what? Shit. You're clueless. Oh, ist er gederft. Niemand hat hier zu reden. Zehn, ja! Ich mach doch gleich irgendwas. Aber es ist schon ein bisschen spooky, dass der Neunjährige erstmal lernt, hier Knospen zu schneiden. Ich mach doch gleich irgendwas. 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 Ich mach doch gleich irgendwas.